so hallo leute heute habe ich ein ganz besonders heikles thema mal aufgegriffen aber wollte ich einfach mal kurz für die breite masse erklären und ein bisschen zeigen was noch gibt oder was man gemacht hat wie gesagt ich selber betreiben die fallenjagd gar nicht mehr oder kaum wie gesagt höchstens noch mit so einer lebensfalle das ist so ein ding was das aber alles genau das seht ihr später geben tut es da viel von den dingern hier die kennt man vielleicht noch tellereisen ein paar exoten jetzt zum beispiel die connibeerfalle weiße abzug eisen eierabzug eisen oder schlacheisen bis hin zur kleinen mausefalle wie gesagt das sind alles fallen und damit fängt man auf die eine oder andere art tiere und da möchte ich euch einfach jetzt nur mal ein paar infos geben zeigen wie die funktionieren was so gibt es ist halt nur jetzt sagen wir mal ein kleiner auszug was ich hier an fallen habe aber mich interessiert einfach die technik und auch ein bisschen so die geschichte dahinter ja also dann möchte ich heute diesem video bisschen was über fallen jagdliche fallen also profi fallen erklären ja rechtlich noch mal zur fallenjagd rechtlich ist es so in deutschland dass man praktisch im sogenannten fallen schein oder fallen kurs machen muss in dem kurs kriegt man wie gesagt alles gezeigt wie das funktioniert sicherheitsmaßnahmen wie man das wild dementsprechend lockt und dann auch tötet mit der falle und wie gesagt ohne diesen schein oder kurs darf man ja ähnlich mit solchen dingern jagen bei uns das war also einmal das rechtliche so dann kommen wir kurz zu den schlagfallen was wird danach jagdlich eingesetzt diese kleinere mittleren zum beispiel füffe mada fuchs eher selten mittlerweile für so kleinzeug setzt man die schon noch ein bis am ratten hellereisen werden gar nicht mehr eingesetzt die sind komplett verboten ist auch richtig weil ich sag mal die falle ist rein und darauf ausgelegt wenn man jetzt hier mal schaut um das wild also ich sage jetzt mal ein fuß oder irgendwas anderes festzuhalten wenn ich es jetzt hier mal so mache die halten das also dann wirklich nur fest es gibt teilweise die amys wieder aufmachen jetzt fängt es an zu zwicken umliegen diesen bereich hier mit dem gummi ich weiß nicht ihr werdet es sicherlich irgendwo auch schon mal gesehen haben also die jagen noch mit den dingern das heißt das wild tritt rein die falle schließt sich zack und das will noch ein bisschen aufpassen und das wild hängt dann praktisch mit dem fuß fest und ist so lange gebunden bis halt der jäger oder der fallensteller kommt und das erlöst also solche dinger werden in deutschland nicht mehr eingesetzt sowas ist komplett verboten dann wie gesagt diese totschlagfallen wie die hier die kleine konnybärfalle die wird schon noch eingesetzt wie gesagt aber dann eher so bies am raten war dann so klein solche aber wie gesagt wird auch immer seltener es ist einfach auch zu gefährlich ist dass da hier ein hund oder irgendein tier rein packt dann haben wir hier diese schlagfallen die gibt es auch wieder von dieser habe ich aber auch im Moment keine da die wären eigentlich fast in jedem haushalt zu finden komischerweise finden es die meisten leute da okay eine kleine maus so zu erschlagen wenn man jetzt sagt aber man möchte damit einen fuchs oder marder fangen dann wird gleich geschimpft natürlich sind es auch andere dimensionen aber für das tier ist es egal ob es jetzt eine maus oder marder ist und dann gibt es wie gesagt noch diese eiabzukeisen die beiden fallen die wie gesagt oder ich sag mal die drei fallen hier die noch jagdlich eingesetzt werden müssen immer in sogenannten fangbunkern eingesetzt werden das heißt ein fangbunker ist vom prinzip her nichts anderes als die kiste da kommt die rein wird mit erde bedeckt oder dementsprechend repariert und ist praktisch so gemacht dass da kein also ein dackel könnte schon rein aber kein größerer hund rein kann und es muss dieser zugang zu diesem fangbunker muss mindestens so lang sein sage ich jetzt mal dass man mit dem gestreckten arm nicht reinlangen kann als erwachsener das sind also wie gesagt die schlagfallen so da la vorgespannt ist sie jetzt zu hause schraubstock jetzt werden wir das ganze ding mal scharf machen so schaut das jetzt aus jetzt hier das ist dieser auslöser so das ist das ist der eigentliche auslöser hier da kommt der köder drauf und mit dieser stange praktisch hält man das schlagreisen mit dem fangreisen hier oben so der wird jetzt rein gerüst nehmen wir erstmal die sicherung rein dass das ding nicht zu schnappt das ist auch gern die letzte sicherung jetzt sieht man ja schon wenn ich den fuß weglasse und das hier ist locker ab poni immer ein bisschen aus dem licht jetzt sieht man es vielleicht besser das hier ist die sicherung das ist ein teil des auslösers und hier ist der köder wenn das jetzt also bewegt zack springt da raus und löst praktisch die falle aus jetzt natürlich noch gehalten durch die sicherung so zack zack also geringste bewegung reicht so jetzt gehen wir runter als erstes entfernen wir ganz ganz vorsichtig diese sicherung hier das ist praktisch links und rechts für den bügel entfernen wir die zweite sicherung und jetzt kommt die letzte eigentlich entscheidende das ist die hier hinten so drehen wir vorsichtig jetzt ist die falle scharf jetzt habe ich hier im stock jetzt werde ich euch zeigen wie die dann reagiert so jetzt empfehlen wir wie gesagt ganz vorsichtig die sicherung erste sicherung zweite sicherung machen wir immer hier unten also nicht hier oben rein greifen sondern hier unten und dann last but not least die entscheidende so jetzt ist die falle scharf jetzt können wir sie mal auslösen jetzt kommt praktisch das wild oder das tier und zieht den köder weg ich hoffe man hat es gesehen wird dann praktisch so durch die falle erschlagen nehmen wir das mal wieder auf im dann in 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 Das war das Abzugeisen im Einsatz. So, als nächstes kommt das Tellereisen und hier so funktioniert das Ding, also ähnlich wie das Eiabzugeisen. So, Feder runterdrücken, klappen und das kann man dann hier einstellen, je nachdem wie man den jetzt verbiegt, entweder man macht hier einen Köder dran, der dann praktisch durch drücken oder ziehen gelöst wird oder man biegt die Sache weiter runter und macht das Ganze auf Tritt, das heißt das Wild tritt hier drauf und die Falle geht zu. So, jetzt wieder abgeht's. So, jetzt wieder runter, das war mir doch was. So, jetzt wieder runter. So, jetzt wieder runter Gilenscheidung. Jetzt wieder runter. Das heißt, hier sehen wir das Ganze, das Wild entweder tritt es in die Falle oder die eine Möglichkeit oder es versucht einen Köder zu nehmen und zack, hängt es drin. Das war also einmal das Tellereisen. So, die Kondibärfalle ist vorgespannt, das zeige ich euch dann nochmal, jetzt werden wir die mal aufstellen. Köder, Auslöser. So, ich hoffe man sieht es hier unten, die Falle ist gespannt, also das ist jetzt der Bereich, wo der Köder hinkommt. Jetzt kommt praktisch hier das Wild, nimmt den Köder, zack. So, jetzt kommt das Tier praktisch von der Seite, nimmt hier den Köder und wird dann praktisch so in der Falle eingeklemmt. Das war jetzt also die Kondibärfalle. So, als nächstes kommt dann wie gesagt die Mausefalle, beziehungsweise Schlagfeder nach vorne. Hier ist der Köder, zack. In dem Bereich wird die Falle geködert, dann kommt die Maus, den Köder nehmen, zack, dann löst die Falle aus. Das gibt es wie gesagt auch bis zur Größe von dem Bisam, die Dinger, zack. Das war diese Falle hier. So, wie gesagt in der Mitte ist der Auslöser, wo das Wild oder das Tier drauf tritt und dann fallen praktisch links und rechts zwei Tore runter. Das ist dann so genannte Kasten- oder Lehmpfalle. Die sehen wir jetzt mal aus. Das ist dann mal aus. Chroni, komm her! Jetzt kommt der Hauptdarsteller, komm her Chroni, Fuß. Jetzt ist der Hauptdarsteller, komm her Chroni, Fuß. komm her, komm her, komm her, da kommt, jetzt schau ein feines Mädchen, jetzt schau mal her, da gehen wir jetzt mal durch, rein, zack, und schon ist das Wild gefangen, gehen wir gleich nochmal, jetzt komm raus, ohne Fuß, guck mal her, Fuß, rein, Fuß, so, jetzt gehen wir da rein, das war jetzt die Kastenfalle, ja, was gibt es für Kastenfalle, also es gibt die, wie gesagt, einmal hier komplett verblendet, also mit Holz, der Mechanismus ist fast überall der gleiche und die gibt es also in jeder Größe, also einmal groß und einmal klein, also hier, Ratten, Mäuse, Fuchs, bis zur Größe von einem Tiger, sag ich mal, wie funktionieren die, also, ich habe hier, sieht man es ein bisschen besser, eine bewegliche Scheibe, Platte drin, die ist hier an diesem Metallstück angeschlossen, dann habe ich hier die Sicherung, das sind die Dinger, wenn die, wie gesagt, die beiden Punkte aufeinander legt und dann kommt, wie gesagt, eine Bewegung rein, spannen wir das Ding mal, jetzt sieht man hier, wie gesagt, liegt die Platte auf der Stange auf, die führt hier entlang und wird hier durch den vom Trittbrett gehaltenen Stange, gesichert, wie gesagt, kommt das Tier, man verblendet das Ganze, wie man es jetzt hier sieht, mit Stroh oder Erde, kommt angelaufen, tritt auf das Ding drauf und dann, zack, fällt das Ding runter, ganz nochmal, Bild kommt, zack, Klappe zu, ja, das sind eigentlich, sag ich mal, noch die beiden gängigsten Fallen, die noch eingesetzt werden, überhaupt, wie gesagt, Fallenjagd, wird eigentlich selten noch betrieben, sowas kann man auch wunderbar einsetzen, wenn man zum Beispiel irgendwo im bewohnten Gebiet, also, Automata oder im Sachstuhl sitzen und lauter so Geschichten, da sind die Leute dann doch immer wieder ganz froh, wenn man die dann einfängt, ja, das sind jetzt, wie gesagt, die sind krass. Ja, moralisch gesehen, das muss jeder Jäger für sich selber entscheiden, ob er mit solchen Geräten arbeiten will oder nicht, äh, ich persönlich, in meiner momentanen Situation, brauche mit sowas oder arbeite mit sowas nicht, da, äh, ich, kaum, äh, oder relativ wenig Raubwild, beziehungsweise kaum Niederwild habe und deshalb dieses nicht hegen oder pflegen muss, sondern, äh, wie gesagt, im Wald ist mit Rebhühnern und, ja, Hasen und so weiter relativ spärlich. Wenn man jetzt hier zum Beispiel schaut, jetzt im Hintergrund, das ist jetzt, wie gesagt, äh, ein reines Niederwildrevier, äh, dort, sicherlich, macht es auch Sinn, mit der Falle zu jagen oder zu arbeiten, äh, da würde ich jetzt persönlich dann nur, oder eher diese Lebend- oder Kastenfallen bevorzugen, ähm, wobei, ja, das wäre so mein Favorit, sage ich jetzt mal, hätte ich ein extremes Problem mit Raubwild, also zum Beispiel mit Fuchs oder was, auch Krankheiten, Räuter, Tollwut und was da alles gibt, ist sicherlich auch sowas in Ordnung, wenn es dementsprechend sicher platziert und eingesetzt wird, aber wie gesagt, eine Schlagfalle, Totschlagfalle in der Größe ist für mich immer so, sage ich mal, der letzte Ausweg. So, das war jetzt also mein Video über Fallen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, ihr habt ein paar Sachen lernen können oder ein paar Infos bekommen können. Dann bedanke ich mich, macht es gut, euer Waldläufer. Ciao. Ciao.